glück auf liebe minecraft freunde und herzlich willkommen zu diesem kleinen info video oder bau da hat er ein gewissen a verdammt ja es geht um ein spezielles event was am montag dem sechsten fünften 2013 hier im beschaulichen hunsgrab stattfinden wird und zwar machen wir ein minecraft marathon super wortfischer angel special event ja und da machen wir genau das ja eine stunde lang zu dritt zu fiat zu fiat moment da wird nämlich da irgendwo hier wird irgendwo der ufo mann sitzen und hier mit dem ei das mit eier die fische abschmeißen was zum teufel sollte ich mit diesem ei und hier wird wahrscheinlich wunderschöne millennia sitzen und hier der heldenhafte rojo malcondo und alle werden ihre angeln schnappen und werden angeln aber das ist nicht alles denn ihr sollt dabei sein ihr sollt nicht die würmer an die haken machen nee ihr sollt uns fragen stellen und zwar über skype wir werden nämlich so ein kleines skype chat veranstalten und da könnt ihr dann uns fragen stellen können themenvorschläge machen worüber wir hier eine stunde so quatschen ich bin schon echt gespannt das wird bestimmt riesen spaß und mal gucken wer hinter die meisten fische gefangen hat ich habe schon mal ein schon mal nicht schlecht ich habe auch noch einer hier ist eine gute hier ist eine gute stelle das darf ich den anderen nicht verraten also nicht weiter sagen ja also ihr könnt dabei sein bei skype und zwar könnt ihr mir fragen stellen unter opa zeron und zwar opa klein geschrieben binde strich zeron z e r o n das wird jetzt hier unten noch mal oder oben da oben oder hier unten eingeblendet und ja da könnt ihr dann fragen stellen könnt eure meinung sagen könnt sagen wie dämlich das eigentlich ist dass wir hier eine stunde lang sitzen und angeln ja und wenn das vielleicht gut ankommt machen was vielleicht öfter mal vielleicht mit anderer besetzung oder wo ich weiß es noch nicht auf jeden fall ist das das erste mal dass wir sowas machen die idee kam uns damals glaube ich als vorbei als ich bei millennia war da haben wir gesagt man müsste mal so ein eigenes special machen damit nämlich auch geangelt für ihre katzen katzen angeln sie wollte sich katzen holen aber das ist ein ganz anderes thema ich hoffe ihr seid dabei es wird ein riesen gaudi ein riesen action und ein riesen durcheinander geben hier wenn wir mit vier mann auf dieser eigens dafür gebauten kleinen insel hier vor uns graben sitzen und ja haken ins wasser schmeißen also dann bis morgen oder bis gleich ich weiß ja nicht wann das video rauskommt montag sechster fünfter 2013 20 uhr unbedingt auf skype und dann opa zeron bindestrich opa bindestrich zeron eure fragen an mich stellen ihr könnt da schon mal eine kontaktanfrage senden wenn er noch nicht in kontakt von mir seit man kann ja sein dann könnte eine kontaktanfrage stellen ich nehme die dann an und dann wisst ihr auch dann geht's los na dann geht's los 20 uhr wir werden möglichst pünktlich sein hoffentlich kommen die bald alle ich hab schon richtig lust hier grill einschmeißen oh ich muss noch holzkohle besorgen also leute macht's gut bis gleich bis montag bis 20 uhr auf skype auf wieder gesehen